mein sind youtube jetzt wieder mal euren liftofarmlog willkommen zum weiteren teil der adventskalender ja wer das erste video nicht gesehen hat da habe ich schon mal erklärt dieses jahr habe ich zwei adventskalender und es ist das dritte mal hintereinander dass ich jetzt adventskalender mache dieses mal sind zwei adventskalender ihr werdet die beiden schon sehen hier ist das stadion hier haben wir einen ganz normalen adventskalender schofi drin ist und am ende halt ein kleines poster ja dann haben wir hier schon mal die zwei auf und dann kommen wir zum stadion 24 schon mal ein riesen vieh hier unten 24 ergibt das ganze ding hier aber hier unten ist die nummer zwei sperren wir auf hier haben wir auch noch mal einen kleinen schokodali drin den haben wir nämlich jetzt zweimal ja zwei türchen zwei schokodaler dann kommen wir doch zum stadion ich habe schon mal reingeguckt ein stadion weil ich ja hier die seite nicht sehe deswegen vor dem video schon mal geguckt und hier unten in der ecke ist auch die zwei drin sonst hätten wir da wieder lange gesucht und nichts gefunden dann brauchen wir mal die ich glaube wer gerne braucht man ein messer ich habe gerade eins geholt nein warum man nicht wir gerne backen tut dann jetzt auch zur weihnachtszeit hsv plätzchen backen also einmal ein h ein s und ein v man kann es natürlich auch sehen ja aber das war da wieder drin am ende seht ihr noch mal eine übersicht was alles in den kalender war aber wenn euch das heute gefallen hat drücken wir gerne das däumeln nach oben lasst mir ein abo da guckt beim morgen im video mit drin und tschüss bis zum nächsten mal tschüssi